Ichiro, sag mal, sehnst du dich nach Fiktion und Fantasie? Die Existenz mit dem Namen Ichiro Sato wird als Sklave für die Suche nach Giotanschi eingestellt. Der Wille des Netzwerks wird an alle Einheiten übertragen. Alle Einheiten. Ist das wirklich die von dir erträumte perfekte Welt? Nach der Zeremonie wird die Realität verschwinden. Die Welt, in der wir leben. Es ist, wie du sagtest. Diese Welt ist kleinlich. Wir alle kämpfen und versuchen, in diese Welt zu passen. Doch tun wir das nicht, haben wir furchtbare Angst. Wir wollen in eine Schublade passen und so beruhigt sein. Der Auffelt ist eklig und wird als Außenseiter behandelt. In Wirklichkeit wollen wir an Magie, Monster, Mysterien, Märchen und ein Leben nach dem Tod glauben. Wir wollen Regeln für unser Leben. Aber so sind wir nun mal. So leben wir. Es gibt einen Weg, Ryoko meine Worte deutlich zu machen. Darum werde ich zum letzten Mal kämpfen dürfen, oder? Ja! Wirklichkeit. 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 Vielen Dank.